Die Faszination Laufen ist für mich mehrfach. Einerseits ist es meine Me-Time, wo ich über verschiedenste Dinge nachdenke und andererseits ist es ein Sport, der auch in der Gemeinschaft sehr viel Spaß macht. Bei AXIONS ist eine Gemeinschaftssinn, wie ich ihn sonst nirgends erlebt habe. Ich habe noch nie so ein Team vorher gehabt, mit dem ich so gern zusammengearbeitet habe. Ich trainiere gerne in der Gemeinschaft und dabei passt Bootcamp hervorragend zu meiner Persönlichkeit. Ich sitze mir gerne beruflich als auch im Sport hohe Ziele. Ich vertraue in meine Fähigkeiten und das hilft mir, diese Ziele auch zu erreichen. Ich bin der Meinung, beruflich schafft Vertrauen Nähe und stärkt den Zusammenhalt untereinander. Was mir über AXIONS gefällt, ist, dass diese Basis einfach wirklich vorhanden ist und deswegen arbeite ich gerne mit meinen Kollegen zusammen. Mich faszinieren die Technik und die Geschwindigkeit an der IT genauso wie an Autos. Mir persönlich macht es am meisten Spaß, wenn wir Lösungen entwickeln, die die Bedürfnisse unserer Kunden perfekt abdecken. Für uns haben alle die Möglichkeit, ihre Eigenständigkeit zu stärken. Ich arbeite gern bei AXIONS. Hier vereinen sich Technik und Menschlichkeit. Mit dem Fallschirmspringen habe ich angefangen 2013 und mittlerweile habe ich über 1000 Sprünge und über 100 Tunnelstunden. Ich bin sehr stark dafür verantwortlich, was die Organisation angeht und ich bringe so ein bisschen die Motivation rein ins Team. Gerade im Freifall hat man ihre Verantwortung für sich selbst und für seine Teammitglieder. Wie auch im Sport hat man im Beruf gewisse Verantwortungen. Zum Beispiel dafür, dass die Kundenprojekte gut laufen und dass der Kunde mit unserer Leistung zufrieden ist. Mittlerweile ist es so, wenn wir fliegen, brauche ich gar nicht schauen. Ich schaue meinem Gegenüber straight in die Augen und ich strecke die Hand aus und ich weiß, der Begriff ist da.